1000 Leute drohen Polizei bei Höcke Wahlkampfauftritt, 1000 Leuten werde ich zur Wache schicken und dann wird es eng für euch, soll Höcke laut Medienberichten bei seinem Wahlkampfauftritt gesagt haben. Die Polizei reagierte gelassen auf die Drohungen und betonte, dass sie das Demonstrationsrecht in Thüringen schützen werde. Höcke ist bekannt für seine provokanten Äußerungen und seine Nähe zum rechtsextremen Spektrum. Er polarisiert und sorgt immer wieder für kontroverse Diskussionen. Doch das Demonstrationsrecht ist ein Grundrecht, das in einer Demokratie geschützt werden muss, unabhängig davon, ob einem die Meinungen der Demonstranten gefallen oder nicht. Es bleibt abzuwarten, wie die Polizei in Thüringen mit möglichen Massenbesuchen von Anhängern Höckes umgehen wird. Sicher ist jedoch, dass die Sicherheit und Ordnung gewährleistet sein müssen und dass das Recht auf Meinungsfreiheit und Demonstrationsfreiheit nicht eingeschränkt werden darf. Und dann wird es auch, dass die Polizei in Thüringen geschützt werden muss, dass die Polizei in Thüringen geschützt werden darf.